Mahlzeit Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein nächstes Kochvideo die Zuschauer spalten wird. Was für einen eine Delikatesse ist, ist für anderen absolutes No-Go. Alles Geschmackssache. Eine gepökelte Rinderzunge nehmen, in kaltem, gesalztem Wasser zum Kochen bringen. Suppengemüse grob schneiden und zur Zunge geben. Als Beilage passt sehr gut Topinambur. Diese Knolle schmeckt wie eine Mischung zwischen Kartoffeln und Schwarzwurzeln und soll auch geschält und gekocht werden. Und die Suppengemüse püriere ich als Soße. Die Zunge ist da. Jetzt muss deine Haut abgezogen und Fleisch in beliebigen Scheiben geschnitten werden. Da.